Urlaub wurde vergessen und jetzt gibt's Geld. Betriebsrat heute. Neues für Betriebsräte mit Sandra Becker und ihren Gästen. Bei mir im Studio Rechtsanwalt Niklas Pastille aus Berlin. Niklas, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du bist ja unter anderem auch Experte für Schwerbehindertenrecht und deshalb prädestiniert für unseren nächsten Fall. Da geht es nämlich um eine Entscheidung des LAG Niedersachsen. Das Urteil ist vom 16. Januar 2019 also noch recht jung und da wurde entschieden, dass Schwerbehinderte auf ihren Zusatzurlaub hingewiesen werden müssen. Und das ist insofern ganz spannend, weil es gab ja im November 2018 schon eine EuGH-Rechtsprechung, wo der EuGH gesagt hat, Arbeitnehmer müssen darauf hingewiesen werden, dass sie ihren Urlaub zu nehmen hätten, weil der Urlaub sonst nicht verfalle. Und das ist neu, weil unser deutsches Bundesurlaubsgesetz hat ja bislang immer gesagt, der Urlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Und darf nur übertragen werden, wenn dringende betriebliche Gründe vorliegen oder in der Person des Arbeitnehmers ein Grund liegt. Das heißt, der war dauerkrank zum Beispiel und konnte den Urlaub deshalb nicht nehmen. Also der EuGH hat schon so angedeutet, man wird unseren Paragrafen 7 Absatz 3 Bundesurlaubsgesetz in Zukunft anders lesen müssen. Nämlich noch mit dem Zusatz, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer auch auf seinen Urlaub hingewiesen haben muss. Ja, ja. Und damit habe ich mich jetzt erstmals auch befassen müssen. Ich bin ja, wie du richtig sagst, Schwerbehindertenarbeitsrechtler. Also diese Urlaubsgeschichten unter uns, ja, sag es nicht weiter. Die interessieren mich eigentlich gar nicht groß. Urlaub kennst du ja sowieso nicht. Als selbstständiger Rechtsanwalt bist du selbst und ständig am Arbeiten. Streu kein Salz in meine Wunden. Ja, also was Urlaub ist, weiß ich in der Tat nicht so genau. Jetzt aber interessiert es mich schon. Denn nach dieser hochinteressanten Entscheidung, ja, vom LAG Niedersachsen, Revision beim BAG ist gerade anhängig. Nach dieser Entscheidung muss, und das ist neu, der Arbeitgeber in der Tat hinweisen, den schwerbehinderten Menschen auf seinen Zusatzurlaub. Ja, also für jemanden, der das jetzt nicht weiß, Schwerbehinderte, die haben einen zusätzlichen Urlaubsanspruch nach § 208 SGB IX. Und der Arbeitgeber muss die Schwerbehinderten jetzt nicht prügeln, ja, zum Urlaubsantritt. Aber er muss schon, und das ist neu, ja, konkret, förmlich, transparent dem einzelnen schwerbehinderten Arbeitnehmer mitteilen, dass er diesen Zusatzurlaub hat und macht erst nicht. Und unter uns, Sandra, der macht es nicht in den meisten Fällen, ja. Dann gibt es einen Abgeltungsanspruch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses allerdings erst. Das heißt, da darf der schwerbehinderte Mensch den Urlaub beanspruchen. Er hat einen Schadensersatzanspruch, auch wenn er, und das ist der juristische Witz, wenn er den Urlaub nie beantragt hat. Das ist wirklich abgefahren, ja. Cash gibt es trotzdem, ja, finde ich toll. Das ist doch Wunder, eigentlich ein super Trick, weil es gibt doch viele Arbeitnehmer, die sagen, ich will gar nicht den Urlaub, ich möchte lieber arbeiten und Geld. Und das ist ja nach unserem deutschen Bundesurlaubsrecht nicht zulässig. Es gibt ja nur die einzige Möglichkeit bei der Urlaubsabgeltung, ja, wenn ich mein Arbeitsverhältnis beende, dass mir da der Urlaub dann noch abgegolten wird, wenn ich ihn nicht mehr nehmen konnte. Und das ist vollkommen legal, ja, ist kein schmutziger Trick. Also ich würde jetzt, neuerdings, jetzt interessiere ich mich ja für das Urlaubsrecht, ja, ich würde bei der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses, wenn es um einen Schwerbehinderten geht, immer fragen, gibt es noch Urlaubstage von deinem Sonderurlaub, die du nicht genommen hast, dann wollen wir das in Geld jetzt haben. Und ein Antrag, wie gesagt, ist überhaupt nicht erforderlich gewesen. Also wer Arbeitgeber ist, der sollte jetzt seine Leute, von denen er weiß, die sind schwerbehindert, sofort, ultimativ, ja, zum Urlaubsantritt auffordern. Aber Niklas, Niklas, wir machen doch gar keine Arbeitgeberberatung. Ach Mensch, ach, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Ne, aber der Tipp ist trotzdem gut, denn Betriebsräte sorgen ja dafür, dass Arbeitnehmerrechte eingehalten werden. Und letztendlich im Umkehrschluss lernen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier ja auch die Arbeitnehmerrechte, die sind, dass sie eben, dass der Arbeitgeber nicht sagen kann, der Urlaub ist verfallen, weil der Arbeitgeber ihn nicht beantragt hat. Ja, Sandra, jetzt stell mir eine Frage bitte nicht. Ich bin ja wie du Repetitor, das heißt, wir bereiten ja beide Juristen vor auf die erste und zweite juristische Staatsprüfung. und die Jurastudenten oder die armen Referendare, ja, die würden mich jetzt fragen, ja, wo steht denn das? Ja, wo steht es, außer in deinem komischen Urteil, ja, dass der Arbeitgeber jetzt die Schwerbehinderten aufzufordern hat, ihren Urlaub zu nehmen? Das steht so nirgends, ja. Nein, das ergibt sich halt jetzt aus der Rechtsprechung, die dann sagt, dass die Gesetze anders zu lesen sind. Ja, nicht? Und das ist eine gewisse Schwierigkeit, wenn du jetzt von Betriebsräten sprichst, die den Arbeitgeber auch beraten sollen, ja, die Beratung wird nicht ganz einfach fallen. Wir müssten uns auf den Paragrafen berufen, den du genannt hast, Paragraf 7 Absatz 3 Bundesurlaubsgesetz. Genau. Oder etwas allgemeiner auf den Arbeitsvertrag aus dem Erwachsenen, ja, sogenannte Nebenpflichten. Der Arbeitgeber hat Fürsorgepflichten, ganz sicher hat er die gegenüber den Schwerbehinderten. Und dass es einen Schadensersatzanspruch gibt, nicht, das ergibt sich wieder dann ganz zwanglos aus dem Gesetz. Aber die Rechtsgrundlage ist ein bisschen vage, ein bisschen unklar. Ich weiß nur, ich will meinen Urlaub haben, wenn ich schwerbehindert bin und kriege ich den nicht, dann will ich Geld. Genau. Und für unsere Betriebsräte ist es ja wichtig, auch einfach die Rechtsprechung zu kennen. Und überhaupt das Problem auch zu erkennen, letztendlich der Arbeitnehmer wird es dann am Ende vielleicht auch selbst durchfechten müssen, wenn es um Urlaubsabgeltungsanspruch geht. Ja. Und ein ganz wichtiger Hinweis für die Praxis zum Schluss, diese Arbeitgeberpflicht, mich auf meinen Urlaub hinzuweisen, ja, die hat der Arbeitgeber natürlich nur dann gegenüber Schwerbehinderten, wenn er von der Schwerbehinderung auch weiß. Ja, Sandra, du weißt, die muss ich überhaupt nicht offenlegen, ja. Manchmal ist es auch klug, die Schwerbehinderung nicht offen zu legen, aber dann habe ich natürlich auch keinen Anspruch auf den Sonderurlaub. Ja, also spätestens beim Sonderurlaub macht es Sinn, die offen zu legen auf alle Fälle. Ja, wohin fliegst du denn jetzt in Urlaub? Ach, Niklas, ach ja, ich bin zwar nicht selbstständig, aber... Liebe Zuhörer, die Frau Becker, meine Kollegin, die macht nämlich auch nie Urlaub. So ist es. Naja, ich wohne ja hier im schönen Süden von München am Starnberger See. Das ist traumhaft, ja, ja. Da machen andere Urlaub. Ich wohne hier, also da kann ich hier Urlaub machen. So, jetzt will ich aber auch an den Starnberger See, noch scheint die Sonne. Na, dann würde ich sagen, auf geht's. Tschüss. Auch Ihnen eine gute Urlaubszeit. Und ja, bis bald wieder, Ihre Sandra Becker. Und Ihr Rechtsanwalt Niklas Pastin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017